Das Lumpengesindel, ein Märchen der Gebrüder Grimm Hähnchen sprach zum Hühnchen. Jetzt ist die Zeit, wo die Nüssen reif werden. Da wollen wir zusammen auf den Berg gehen und uns einmal recht satt essen, ehe sie das Eichhörnchen alle weg holt. Ja, antwortete das Hühnchen. Komm, wir wollen uns eine Lust miteinander machen. Da gingen sie zusammen fort auf den Berg und weil es ein heller Tag war, blieben sie bis zum Abend. Nun weiß ich nicht, ob sie sich so dick gegessen hatten oder ob sie übermütig geworden waren. Kurz, sie wollten nicht zu Fuß nach Hause gehen und das Hähnchen musste einen kleinen Wagen von Nussschalen bauen. Als er fertig war, setzte sich Hühnchen hinein und sagte zum Hähnchen, du kannst dich nur immer vorspannen. Du kommst mir recht, sagte das Hähnchen. Nein, lieber gehe ich zu Fuß nach Haus, als dass ich mich vorspannen lasse. Nein, so haben wir nicht gewettet. Kutscher will ich wohl sein und auf dem Bock sitzen, aber selbst ziehen, das tue ich nicht. Wie sie so stritten, schnatterte eine Ente daher. Ihr Diebesvolk, wer hat euch geheißen, in einen Nussberg zu gehen? Wartet, das soll euch schlecht bekommen, ging also mit aufgesperrten Schnabel auf das Hähnchen los. Aber Hähnchen war auch nicht faul und stieg der Ente tüchtig zu Leib. Endlich hackte es mit seinen Sporen so gewaltig auf sie los, dass sie um Gnade bat und sich gern zur Strafe vor den Wagen spannen ließ. Hähnchen setzte sich nun auf den Bock und war Kutscher und darauf ging es fort in einem Jagen. Ente, lauf zu, was du kannst. Als sie ein Stück Weges gefahren waren, begegnete sie zwei Fußgängern. Einer Stecknadel und einer Nähnadel. Sie riefen, halt, halt, und sagten, es würde gleich dicht dunkel werden. Da könnten sie keinen Schritt weiter. Auch wäre es so schmutzig auf der Straße, ob sie nicht ein wenig einsitzen könnten, sie wären auf der Schneiderherberge vor dem Tor gewesen und hätten sich beim Bier verspätet. Hähnchen, da es magere Leute waren, die nicht viel Platz einnahmen, ließ sie beide einsteigen, doch musste sie versprechen, ihm und seinen Hühnchen nicht auf die Füße zu treten. Spätabends kamen sie zu einem Wirtshaus und weil sie die Nacht nicht weiterfahren wollten, die Ente auch nicht gut zu Fuß war und von einer Seite auf der anderen fiel, so kehrten sie ein. Der Wirt machte anfangs viel Einwendungen, sein Haus wäre schon voll, gedachte auch wohl, es möge keine vornehme Herrschaft sein. Endlich aber, da sie süße Reden führten, er sollte das Ei haben, welches das Hühnchen unterwegs gelegt hatte, auch die Ente behalten, die alle Tage eins legte, so sagte er endlich, sie möchten die Nacht über bleiben. Nun ließen sie wieder frisch auftragen und lebten in Saus und Braus. Frühmorgens, als es dämmerte und noch alles schlief, weckte Hähnchen das Hühnchen, holte das Ei, pickte es auf und sie verzerrten es zusammen. Die Schale aber warfen sie auf den Feuerherd. Dann gingen sie zur Nähnadel, packten sie beim Kopf und steckten sie in das Sesselkissen des Wirts. Die Stecknadel aber in sein Handtuch, endlich flogen sie, mir nichts, dir nichts, über die Heide davon. Die Ente, die gern unter freiem Himmel schlief und im Hof geblieben war, hörte sie fortschnurren, machte sich munter und fand einen Bach, auf den sie hinabschwamm und das ging geschwinder, als vor dem Wagen. Ein paar Stunden später machte sich erst der Wirt aus den Federn, wusch sich und wollte sich am Handtuch abtrocknen. Da fuhr ihm die Stecknadel über das Gesicht und machte ihnen einen roten Strich, von einem Ohr zum anderen. Dann ging er in die Küche und wollte sich eine Pfeife anstecken. Wie er aber an den Herd kam, sprangen ihm die Eierschalen in die Augen. Heute Morgen, wie mir alles an meinem Kopf, sagte er und ließ sich verdrießlich auf seinen Großvaterstuhl nieder. Aber geschwind fuhr er wieder in die Höhe und schrie, Au weh! Denn die Nähnadel hatte ihn noch schlimmer und nicht in den Kopf gestochen. Nun war er vollendens böse und hatte Verdacht auf die Gäste, die so spät gestern Abend gekommen waren. Und wie er ging und sich nach ihnen umsah, waren sie fort. Da tat er einen Spur, kein Lumpengesindel mehr in sein Haus zu nehmen, das viel verzerrt, nicht bezahlt und zum Dank noch obendrein schabernackt treibt. auf die schnellste in die Höhe und schabernackt, nicht bezahlt. Und wenn er